wieder live hat sich ein bisschen gereimt ich freue mich dass ihr am Start seid und heute wie im Titel ist schon spielen wir heute den 10.000 Dollar Euro wie auch immer Cup von Amar ich weiß noch nicht ganz genau wie das hier heute aussehen wird ich habe mich dafür registriert und ich brauche noch 2 ganz ganz wilde Leute die mit mir zusammen den Amar Cup spielen wollen gibt es noch 2 Personen die Lust haben bisschen Amar Cup ich grüße euch erstmal willkommen im Steam meine Damen und Herren Moin Servus Moin Skyman Goodall grüße ich Capri grüße ich Quizzi Waking Nongral grüße ich jemand grüße ich Leute hat sich jemand registriert bei dem Cup und hätte Lust ey mit dem Dodo Plays zu zocken geht natürlich nur wenn man sich da registriert hat weiß ich auch kann man sich immer noch registrieren zu wie Amar haben wir gute Linux grüße ich können wir zocken du hast dich registriert dann spiel ich mit den Boys hey was geht Chyan als der Spannert gegrüßt Derby hi mit wem machst du ach mit den Leuten die am Start sind der der das hab yo hab ich yo den Namen im Chat wir gucken mal mit wem ich lad ein mit Mate ach Lexus Black ich brauche Leute die hier nicht aufs Wecken gehen Leute wir gehen jetzt hier nicht auf Weltcup ich hab mir hier nicht zwei Stunden lang im Ape Trainer hingesetzt und dachte so jetzt zocke ich erstmal apropos grüße ich wolltest eh mal mit mir zocken Leon YouTube bist du denn etwa hast du dich registriert Leute müsst ihr euch hier über die Seite registrieren auf registriert drücken und dann läuft das immer unterschiedlich wie kann man sich registrieren über den Link hier ich kann euch auch mal kurz den Link rüber daddeln mit wem machst du den einen Markup noch mit mir selber nur gucken hier Sandro YouTube ist auf jeden Fall da Sandro hast du dich denn registriert GhostYuA 07 Mormerski grüße ich bin registriert Derby hau den Namen im Chat Derby wollte ich eh noch meine please mich mit Mate mit Black Max wie geht's mir gesund ähm kann einen halben Monat nicht zollen das hat dich belastet Digga Shirin Hi es geht rüßt hier und GhostYu 07 Dank für ein äh Follow auf Twitch Kussgeräus ja warte mach gerade Update U Derby ich würde ganz gerne in 6 Minuten reingehen Jack Shaney wir gucken heute noch wenn ich alles einladet Leute wir machen heute das unterschiedlich wir spielen mit unterschiedlichen Leuten nicht richtig und Jack nicht Spam Jack wie oft noch ich muss dich wirklich entmorden sonst Herzlichen Glückwunsch in die 9.900 Dankeschön Kuss hab mich auch registriert na dann gucken wir mal so wollen wir gucken wollen wir gucken nein Dodo das geht nicht wie das geht nicht man kann seine Mates wechseln übrigens Jack Shaney bloß verliere ich alle Punkte aber mir sind die Punkte doch Wurst wir spielen auch das aus Fun aus Spaß uh fast 10k das stimmt das stimmt Valol folgt dir jetzt Kuss Ehrenmude ich spiele auch mit äh und Luftgranate auch na dann gucken wir heute mal rein so ich würde sagen da ich von ein paar Leuten schon gehört habe dass sie spielen nehmen wir uns mal Sandro 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 fragt schon Sandro wir gucken mal ich spiele mit unterschiedlich alles entspannt Dodo man muss mit bei einem mate bleiben aber hast du ja nur wenig Zeit Jack der Ding hier geht drei Stunden Jack wenig Zeit ich weiß nicht drei Stunden ist schon eine kleine Zeit außerdem sag ich dir eine Sache Jack mir sind die Punkte vollkommen egal Tigger ich bin ja hier um Spaß zu haben um nicht hier um zu spielen wie so ein äh Leute keiner von uns wird jemals einen Dollar von dem Pokal kriegen aber das kann ich euch unterschreiben schon fast neue Cam ähm ja richtige Kamera diesmal live mit Handcam so Sandro ich hab dich eingeladen dann kannst du auf A nehmen und ist keine durchgekommen Eisheim grüß dich Sandro Dodo moin servus moin hast du Lust ne Runde zu spielen aber äh zocken wir dir nur eine Runde oder weil ich hab keine anderen Mates ich will gucke Dodo es gibt neue Regeln in der Season man darf den Cup nicht neu starten mit anderen Leuten lass lieber Regeln nach kann eine Woche Band nach sich ziehen wie man kann nur mit einem Digger hab gestern noch Soultricks gefragt dass ich noch wechseln kann lass lieber kreativ oder so bockt mehr ach ich spiele hier kurz mit so witzig du kannst ja du kannst ja jetzt losen dann machst du sechs ich glaube man kann eh nur sechs Runden und danach kannst du kreativ alles entspannt Sandro wir holen uns einen aus dem Chat ich möchte damit man nicht sucht seit zwei Tagen ein äh zwei Leute keiner will mit mir ich hab keine Freude ja hau ein Chat wer ist denn hier wer will denn wer will denn wer will denn werden noch nicht nur spiel ich nur ich hab noch nicht ich hätte Bock ja ihr müsst ja registriert sein ich weiß ja nicht ob die alle registrierten na ich möchte please derby hau den Namen in Chat das sind offizielle neue Regeln liest dir auf der offiziellen Seite nach ja dann kannst du halt nur mit zwei anderen Leuten spielen zum Glück hast du mich eingeladen guck mal rein ich hab schon jemand geteimautet ich dachte ich schaff das nicht mehr funktioniert auch mit Logitech Webcam klar funktioniert doch ich möchte schon lange mit dir spielen ja wir spielen vielleicht später Customs Niklas heute erstmal nicht heute ist man nicht ich mach einfach ich weiß gar nicht können wir auffüllen machen der Erste der reinkommt kommt der Erste der reinkommt hat die Chance auf entspannt weiß nicht ob der Erste der reinkommt auch sich registriert hat aber ich denke schon ich ich denke schon so guten Morgen Knacks oh Shaney kam später grüß dich oh Leon kam auch später hallo ähm Leon Knacks Leon ja hast du dich registriert für den Amar Cup in den welchen Cup Amar Cup oh mein nein er hat's nicht gemacht oh doch hä warum können wir nicht starten achso noch nicht du knackst leer und du bist also ready oder ähm also spielen wir jetzt die ganze Zeit also sechs Runden wir spielen die sechs Runden seid ihr denn krass Leute guck mal ich ich bin bester Spieler ich bin besser als Tfew okay das wird sehr wichtig Papa ich kann nicht bereit machen ja ja dauert ja noch 2 Minuten 44 so ich will aber erst mal äh ich will erst mal reingucken hier wie es aussieht mit ähm Mates wechseln äh Teilnahme im Mindestalter oh Mindestalter falls ein Spieler unter 18 ist vorgekehrt das ist ja was aber wir sind ja alle 18 zwei Faktoren äh ja wir sind alle 18 Spielernahme Trio Format Trio während des Events müssen alle Spieler seines Tiefs präsenten nein ja man darf nicht wechseln ja man darf nicht solo spielen weiß nicht muss ich nachgucken Moin Meister grüß dich ey Dodo weißt du was solche ja wir spielen ein bisschen wir dann ein bisschen weiß ich wir gucken mal dass wir gut Punkte waren ich dachte ich dachte schon als erstes ich komme nicht mehr rein weil ich getimeoutet wurde keine Ahnung warum jeder hat reingespampt aber ich bin getimeoutet wenn ich nicht registriert ist immerhin zwei leute ja wartet doch zwei minuten noch ich will bloß kurz gucken ich habe noch nichts gelesen dass man keine Mates wechseln kann wo steht das denn ey ich hab keine anderen Mates ich weiß nicht steht das irgendwo dass man seine Mates sieht die Quali von der Facecam ist viel geiler das muss auch sein hat sich auf jeden Fall gelohnt egal wir bleiben einfach alle in einer Runde ja wir dann ein bisschen alles entspannt alles entspannt mit Facecam mit Handcam hier warte mal da muss ich noch ein bisschen verschieben uuuuuhhhhhh ey äh kannst du mir versprechen dass ich nochmal schnell reinkommen darf ein Freund ladet mich ein ich muss ihm kurz was sagen schreib ihm ein paar Whatsapp wir sind hier gerade in dem Cup ok ok so nicht wir müssen 1,15 und sofort bereit Digga damit wir mit mongrali 10k wir gönnen uns die 10k hier oh man Leute und ich krieg alles kapi ähm spielst du dann nach Custom Games wir gucken mal wir gucken mal wir machen heute ein bisschen was die ist vielleicht ein bisschen creative nachher wir gucken mal hey Ruffy mein Guder ich grüß dich nicht hätte ich das Update früher gemacht ja derby aber ist ja entspannt weißt du ich weiß nicht wo die es gelesen hat dass man seine Mates nicht wechseln kann ähm egal egal wir lassen das einfach so ich hab noch nie ein Kopf gespüßt Dodo Amaha hat bei meinem PC einen Crash verursacht alles klar ähm warum kann ich nicht dass du durchgehend noch ist ja zu 33 Sekunden dann geht's hier erst los wenn wir's threaten kommen wir mit einem eSportler rein dann geht hier die Poster du musst aber trotzdem Streamsnipe schon ne 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 Streamsnipe keiner alles entspannt wir machen das hier auch ganz sicher ganz ganz sicher hier ich hab keine Lust ich hab keine Lust abfahrt ok los ab die Post ohja warum häng ich bei ihm so ich hör mich 10 Jahre später mal doppelt ich kann doch immer nicht bereit machen alles gut ihr müsst jetzt die Teilnahme überlegen kannst du bitte deinen Hintergrund leiser machen dann müsste er glaube ich seine Schwester ausschalten äh ich kann mich nicht bereit machen bei mir steht nix so Knacksleon hast du dich denn registriert? er hat sich nicht registriert er hat sich nicht registriert Knacksleon ja hast du dich denn registriert? äh ne gut mann wir spielen irgendwann später mal mann er hat an der Schöpfung wir haben wieder einen Platz frei haha ey kann ich bitte einen einladen das ist ein Freund von mir das ist der Community weißt du aber dein Freund wir machen einfach öffentlich weißt du guck mal guten Tag Shani Shani war der erste uff jetzt muss man mal kurz hier tschüss Vlack sorry Vlack so Jack Shani bist du bereit? so wir gehen noch mal alles bereit machen wir es auch entspannt äh er ist glaube ich in einer Party Shani er muss mit uns reden weil ok Shani komm wir daddeln das hier switch pc und ps4 Leute das ist er hier in Gas drauf wo aus Berlin kommst du? schon wieder ganz zum Osten Digga Shani kannst du bereit drücken mein guter wir starten wir müssen sweaten hier wir müssen hier 10k ich brauche das neue Computer Digga und ich brauche auch endlich mal einen Computer ich mache mich drüber lustig aber ich glaube es gibt hoffentlich keinen Menschen hier das Turnier wirklich spielt um angestrengt Geld zu verdienen damit also ich weiß hier also besten Liste also ok momentan ist doch keiner drin aber wo stehen denn hier die Preisgelder nochmal äh erstmal gibt es eine Runde ja erste Runde er steht sogar er steht so Shaney ist bereit warte Schlangen ist vor und es gibt drei Runden es gibt drei Runden so rein in die Lobby hier erste Runde jetzt geht's ab mein erster Cup ah es gibt sogar 10 Runden ja ja du spinn 10 alles entspannt okay wir da ein paar ist Insta oder was gibt's denn christian was gibt's denn auf Insta muss ich gucken hey bei wem höre ich mich doppelt das ist Shaney glaube ich man muss Spiel neu starten ich muss mein Spiel nicht neu starten du spielst du am Markup ich komm aus dem Ort ich spiel jetzt einfach bei einem Cup mit an meinem Geburtstag hast du heute Geburtstag oder was herzlichen Glückwunsch ja bist du geboren mein guter 11 okay wild guck mal ok wir landen da wo wir nicht äh gekillt werden ok ich muss den Sprach jetzt viel leiser machen wir haben 44er Ping wieder ja mach mal bitte ich höre mich doppelt ja mach dir am besten viel viel leiser was kann passieren wenn man Sprache zu laut hat Leute habt ihr keine Headsets alle was ist denn da los äh kennst du Berlin Neukölln ja schwieriges Pflaster ja da werden safe wenn ich mitkomme komm wir gehen mal ganz ganz entspannt Digga komm als Trio bam abfahrt machen wir ok lass da wo er markiert hat hier lass die Yacht lass die Yacht ja dann geben wir die Yacht alles entspannt Bosali422 moin Leute ich grüß dich ok stell dir vor dass du zufall 10k gewinnst ok 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 soil it ok 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 die gehen wir recht zur tv station das nobody wird aber heute noch gar nicht eingespielt muss ich bin auch erst seit irgendwie zehn minuten alles entspannen das ist ja besser kann ich gar nicht kommen weil ich hoffnung hat sie das mit ihr in einer runde kommt und sandro übrigens ich habe dich nicht getan alles heftiger wird nicht angezeigt der kopf wo ich registriert bin und das natürlich belastet länger kann sein dass die server kommt überlastet noch 100 aus den 10k das ist auf jeden fall kastiger viel glück naja glück brauche ich nicht brauche skill das sage ich immer so was haben wir einen guten uten hier heute ich habe eine taktische ich gehe runter zur tankstelle die mir verzichte ich war das kein holz und so kritische nummer ganz ganz kritisch ab heute die 300 auf youtube die wohnen darf man spielen zehn mehr mit könig wenn auf epic rausfinden dass man unter 13 kaputt wird man gebannt dass ich nicht das ist ein privater kaputt schluck von ford nicht ganz genau das jemals muss ich nur einen schopf betätigen und dann bin ich regressiert gewesen ja gut dass du aber nicht reißen muss oder er musste ich auch musste ich auch das egal das interessiert mich nicht okay kann man unter 13 nicht mitmachen aber es gibt einen weißen spruch ich bin noch 13 kaputt was epic games nicht weiß macht epic games was für ein ding flip-flop was glaubt der ist gut sogar den nehmen wir auch schon wusste ja okay ich hab mir nicht hoch ich glaube hier kann man unendlich mitfahren ja bro ich fängt sich halt erst mal jack digger was soll das kommt wir holen uns jetzt hier den slopp tor und macht kein back user und dann war der gebannt was sollt noch custom zu gucken und später noch mal ein bisschen credit für die aufbaut doch wenn man welchen ab 13 darf dann darf eigentlich gar nicht mitmachen weißt was belastend zwei stämmer jetzt stellen wir mal so ja dann bekommen wir aber kein preisgeld ja dann frage ich meine mutter ob die übernehmen kann wir werden hier nie weiß wisst ihr was hier für leute mitspielen ganz andere liga ihr werdet gleich sehen was wir hier gleich begegnen passt auf ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei und wir sind einfach die besten ich möchte ich sagen klar muss genau das ist genau ich habe keine aber das passt ich gehe jetzt hier zum obstgarten und heißt dann nehme ich die mal mit hier auf entspannt komm lass zum obstgarten nee lass da lass hier hin ja lass das so ein bisschen da dann gucken hier und danach darüber weil da gibt es sehr viele mädchen aber wir müssen in zune deswegen lasst du obstgarten und man kriegt über viele mädchen schon nice digga die kids denken dass sie was gewinnen digga ich kenne leute die sind eine halbe e-sportler digga und denen habe ich auch gesagt digga ihr schafft das niemals also der denken ist immer schwierig das ist das mein guter ich grüß davon erwähnt hier war jemand ist der glühbämmchen was ist das geil was können die sind doch das war keine arbeit hier waren welchen gut fürs endgame weil kommen wenn man ganz unten ist und über dir so viel gebaut oder das kann man einfach werfen und das verbrennt dann ja alles und also wenn es holz ist und danach sterben alle durch falsch an die oben sind der pfeife muss aber bloß so weit kommen dort waren erst mal erst mal dauert es ein bisschen der meteorit eingeschlagen ja vor uns sind drei juts drei typen vielleicht auch hier hat kein bock auf diese wir dürfen bloß keinen schaden fressen ist alles gut der einzige der realistisch denkt aber es hat wirklich keiner die haben nur nur in anführungszeichen 10k allerdings eingebaut okay irgendwas ist mit meinen fans passiert lasst mal weg gehen die werden uns sonst killen kein bock da drauf los ich bin los bin los aber kommen die letzten kriegen jetzt auch noch digga ist hier noch eine jagdgewehr komm doch nein ich habe alle blau ist ich habe ein lilanes außerdem kann man noch ein bisschen mehr ich habe zwei medkits nicht auf jeden fall mit auf entspannt ich habe ein bisschen hier ist auch ein blouse jagdgewehr ja okay dann gib du ihm weil ich habe nur 30 schuss schenny drop mal irgendwie schuss oder sowas das witzige ist halt dass die leute die keine chance haben zehnmal besser sind wie der durchschnitt im cup das stimmt die haben trotzdem keine chance weil es gewinnen wie viele sie gewinnen 30 leute 300 irgendwas ja top 10 krieg das preisgeld überlegt doch mal wie viele klinge haben das einfach noch meteorit eingeschlagen nehmen uns hier 4 gewinnen nur vier trios oder wie mit 10 trios weiß gar nicht ganz genau wie viele trios gewinnen hier 300 vtf nur 4 haha ja sag ich doch 10 die witzenden nur auf 310 k aufteilen wissen wir nicht würde jemand mit mir den amarker schön diese leute könnte es hier als plattform nutzen und ein paar leute kennenzulernen richtig so wir gehen mal rein hier wait ich schau mal schnell ja ja top 10 müssten sein wir müssen zonen leute bewegt euch da haben wir wieder ein paar kollegen die ein bisschen stress suchen an uns ich habe angst dass die jetzt so mit rocket werfen uns zerstören haben die hauptsache irgendeine tag ja eine tag anders noch wir müssen die einfach kurz töten passt auf tot also die bots sind im cup auf jeden fall anders da hinten haben sie jemanden abgeworfen das heißt dann muss jemand sein oder mal und es geht mal gut ich grüße ich nein das ist random dodo das ist random ja aber die gehen ja nicht zu irgendwelchen random sind ey der eine renne einfach weg dodo ja egal lass ihn weg wir müssen zonen digger hmm und dann bist du in der boi ich brauche einen jemanden für den kappel oder ihr müsst gucken im chat da fangen wir öfters mal ohne ah ja bin ich ganz genau dodo hast du irgendwie pampus ne ja doch ein bisschen habe ich was für dich ne ich meine tag vor uns gegner ja aber es gibt dir die munter für liegt hier liegt hier alles mag er ja ist mein guter ich grüße dich mein meister hast du sniper für mich du hast doch gerade eben viel gehabt nö ich habe nichts bekommen gegner ja so macht keinen sinn digger leute die sind auch irren 20er alle warum geht ihr in so umfeld ein ich habe gehetet in der luft ja das bringt das nicht viel weil wir werden von der zone sowas von weg geweckt da war anscheinend auch nicht die leute weg hier lass abhauen lass abhauen leute lass abhauen die zone kommt wir sterben sozusagen der zone easy lass hier über die bounce pads irgendwie richtung zone da oben auf dem main house sind welche ja entspannt die müssen auch zone schließlich ich komme hier nicht hoch jumper lass hier hin in dieses haus ja so musst du da hinkommen wir kommen dahin ich denke mal nicht dass hier im busch gegner sind hier war damit ich pass mal auf alle die zone ist viel schneller als wir mit dem laufen und wir kriegen übel viel damage ich habe fischig falls ihr braucht ja ja safe safe aber laufen da erstmal hin auf und spannend bitte zählt das haus noch in der zone nein nein das haus ist nie mehr zone ah schade ah medkir ich habe noch zwei medkitziger also als chillig rechts und links von uns gegner aber nicht anschließen seid bei nun habt ihr sein noch ja mini bringt nichts nimmbett also nimmer Too will wo 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 was wäre die chancen gewesen hätten uns ein bisschen angeschlichen man weiß nicht dåoo ne kritischer Was hast du gemacht? Alter Digger Ich war doch in Deckung Okay shit Ah hinten bist du, wo bist du gestorben? Nein nein, äh Versuch zu kämpfen Lass mich Ich bin so lost Ah Digger, lass das an Der steht wieder komplett Digger Ich hab keinen Heal Ja GG Digger FPS geben wir aber gerade auch ein bisschen auf What fuck Okay GG, komm An euch beiden Ah ja Was sind die anderen Schwitzer hier Na schade GG Ab in die neue Runde Digger Kann man direkt bereit machen oder Ne Weiß ich nicht, ob das direkt geht Fortfahren Ne Okay, gehen wir raus Und man kann jetzt keine Mehlz wechseln Schade Das würde ich ganz gerne wieder ein bisschen tauschen Ist auch voll fresh Geht das echt nicht, Leute? Weißt du einer mehr? Wie kann man mitmachen? Du musst dich irgendwie registrieren Auf der Seite von der Mauer oder so Dann kann man sich hier registrieren So, ähm Warte mal Das wäre schon ein Wunder, wie wir überhaupt einen Win Wollen Wollen wir kurz was Äh, die Pump ist schuld Guck mal, ich hätte eine Taktik Darf ich dir sagen? Jo, jo, alles entspannt Wartet kurz, oder? Nein, ich meine ja nicht Ey, Boys und Girls Ey Ja, entspannt euch Kann man Mates wechseln Oder darf man keine Mates wechseln? So, Tricks Darf man Darf man Erzähl ruhig Alles entspannt Das Ding ist Man bekommt ja erst Punkte Äh, abwartet Abwartet Irgendeine Platzierung Ja Ich würde sagen Dann lass Campen Bis wir in den Top 17 sind Und dann können wir offensiv gehen Weil dann bekommen wir halt Punkte Naja, aber wir Wir müssen auch einen besseren Loot haben Äh, Spielplis Customs Ja, wir spielen zuerst später in der Runde Wir landen irgendwo, wo keiner landet Dann warten wir bis nur noch 17 leben Und dann gehen wir offensiv So, du streamt Amar überhaupt den Cup Oder? Ich wollte nicht, ob Amar den streamt Kenn ich jetzt mit Amars Ich guck mal kurz I don't know Ich brauche jemanden für den Amar Cup Rösti Rösti, ich weiß nicht, ob du hier jemanden unbedingt finden wirst Das kann ich dir sogar Sollen wir mal eine Taktik machen? Ah, entspannt Wir spielen, wir datteln ein bisschen Die Leute sind hier ein bisschen spätig drauf Ja, lass campen bis Platz 17 und dann offensiv gehen Ja, der streamt auf Twitch, okay? Nicht rein in die Olga ohne Mates oder so Das würde ich auch vorstellen Alles entspannt, Digga Ähm, ich würde einfach offensiv landen, weil das was witzig ist Wenn man 10 Minuten rumläuft und dann verkackt Ja, deswegen sag ich dir, Digga Das ist halt einfach sinnfrei Ähm, wir müssen bisschen Ja, keine Ahnung Bisschen kommen Wir landen einfach jetzt mal Bei einem Ort, der relativ belebt ist Äh Ja, der ist relativ bewegt Ja, lass dahin gehen, Digga Aufenspannt Doch, Amars beamt Amars beamt Ähm, nach Big Balls Agency Ah, da werden aber save O, welche Lampen, weil Das ist so egal, Bro Und dann gehen die nach hier Und das Problem ist bloß, was die meisten haben, Leute Wir spielen vielleicht 20 Minuten Werden getötet, easy Und dann ist die Runde langweilig Wenn wir bei Offensiv spielen Und das in Kills, man Dann wird die Runde spannend Weißt du? Ich will hier doch keine Punkte holen Entspannt euch Wir spielen ja aus Spaß Also, Dodo, ich weiß, wie wir auf jeden Fall killen können Waffe-Stil Ja, wir müssen dann gucken, ob da jemand mitkommt Dann machen wir das auf entspannt hier Richtig Und Dodo, wenn Dann können wir in Richtung Misty Ich gestrandet auf Video, mein guter Kuss Für den Follow auf Twitch Irgendwann Dodo, dann können wir ja ein bisschen zu In Richtung Misty Da ist so ein kleines Haus Misty Ja, save, Digga Wir landen da oben und machen uns Eine gute Runde Catty Corner gehen ein paar hin Und dann macht man das Auch zu den 50 Stunden Auch schon heftig, Digga 50 Stunden Dodo, ich hab ihn so ein auffälligen Skin Bisschen doof Alles entspannt, Digga Ich will den Scannat schon nochmal Loser, kurz Vorne Achso, ja Hä, ich denke, als ob Catty Corner kann hin Geht, Digga Und bin ich blind? Kommt ihr keine Nein Wir landen trotzdem nicht, Catty Würde ich sagen Weil, da kommt safe jemand I don't know, Digga Absolut Werden Okay, wir können doch gleich Oder? Ich gehe es hier Also, ich gehe es hier Und dann können wir kurz Die Katze killen Und dann kann Dodo den Granat Kriege ich die Pump Weil ich kann damit gut spielen Alles entspannt Wir holen uns erstmal Waffen Und dann runter der E-Sportler Dodo Ich bin ja hier aus Fun, Digga Weißt du Mit Johnny Kuhlisch Ich bin ja immer so einer, der Wer das hier nicht aus Fun spielt Sondern aus kommerziellen Gründen Ist mein, irgendwie lost Fortnite ist ausfahren Oh, zack Wie nehmt das mit Ich hab ne Sniper Das ist gar, das ist natürlich fresh Fortnite ist auch ausfahren, Dodo Flex Grajak Was flex Fischmeister, mein guter Ich grüße dich Moin Ich nehm mal die zwei Biggies hier Ich habe ein paar Saufpacks Ja, ja, komm, ja Wir nehmen Saufpacks einfach Und dann kann ich für jemanden noch ein Biggie geben Alles entspannt Kommt her, Leute Ja, ja, alles entspannt Erst hier So, hier noch Biggie für dich Sorry, hab ich abgeschossen Ja, Dodo ist es los Irre Sprüche noch, naja, dann habe ich alles Hab ihn halt gezogen Und Bock Da oben liegt ne Tech noch oben drin Oh, danke So, wir nehmen Okay, ich versuch's zu Sniper Okay, ich versuch's zu Sniper Ich hab' den Sniper Ich bin abhand gebrochen Und das ist halt belastend, Digga Komm, kurz Discord Was gibt's denn Skin-Amoin? Warum heute so wenig Zuschauer Kraya Was für Zuschauer Hier ist wirklich keiner gelandet Also Dodo Äh, Amar Schaut nur bei den Leuten zu, die auf Twitchs nehmen Mir ist das relativ egal Digga, ihr versteht nicht, dass ich diesen Cup hier aus Fun spiele Und nicht um, weiß ich nicht, aufmerksamkeit zu kommen Ist der Kitty, Kitty, Cat Außerdem ist das eine relativ gute Chance, übel viele, äh, Dings zu farm Nice, äh Wie nennt sich das Wort? Ist das ein Headshot? Okay Guck mal unten, Digga, was haben wir? Sind da wirklich keine Gegner mehr? Du bist die lost Nein, du, hier sind wirklich keine Dann haben wir auch noch nen Tresor Oh, das ist schön Ich hab' die Katze Fresh Fresh, fresh Amar Cup fand ich, äh, finde ich kein Mate Ich hab' die Pumpgun mal genommen Ich würd' vorschlagen, wir gehen, äh, wir verkleiden uns Ja, ich geh' mich grad' verkleiden Ja, ich geh' mich grad' verkleiden Ich meine, weniger, wie sonst, äh, kommt mir das gerade nur so vor Ich bin verkleidet Ja, das liegt einfach, äh, ganz einfach daran, dass wir hier nicht das Mainstream-Zeug spielen, sondern Wer ist Killer, Paul? Okay, save Ohne, geh' dich verkleiden, sonst gehen wir auf, Dad, dank dir Ich hab' die Karte Warum denn verkleiden? Wir haben doch hier alle Bots geklärt, ist alles entspannt Oh, alle Bots geklärt Wer bleibt hier grad? Ich hab' die ganzen Bots gefragt Hat irgendeiner die Karte mitgenommen? Ich hab' sie noch keine Karte Kommt Es löp' ich Dann geht's auch gut Nee, geht's gut, Hüli Wie geht's dir? Ja, was du das herrn Sehr viel Metallanfarm Na, alles gut, wir sind eh noch zu nahe, also komm' noch ein bisschen entspannt Spiele Fon-Dolo, wir haben hier ein Tresor für dich Alles gut, hol' den Lut und dann, äh, bleibt ihr einfach da, was soll Nämlich das, was übrig bleibt Dodo, du musst in den Tresor rein, das ist ne Challenge, also auch, kannst du EP-Farm Hm, natürlich, nice, Digga, dann nehme ich das natürlich gerne mit Die EP-D-Locker Warst du hier schon mal drin? Warte, warst du im Tresor schonmal? Na, glaub schon, ich glaub, da war ich schon mal drin Dann hast du die Tresor, ohne AUG, geil Okay, AUG, ja, ich mag AUG, nicht Digga, ihr könnt haben Weil das sind ja irgendwo genockte Bots Da haben wir sind ja alle gefinisht Ich verspreche Äh, warst du wieder Customs? Eine Frage, äh, kommst du, kannst du, äh, sollen wir tauschen AUG gegen Galater-Kopf? Alles gut, Digga, ich hab, äh, relativ gut Gut Für mich passt das erstmal Äh, Dodo, willst du ne Fische mitnehmen, oder Minis? Ich hab 6 Minis Digga, alles gut Also ich hab, ähm, muss ich nachgucken Oh, ich so ne grüne Tresor Ne, Rocket's hab ich nicht Digga Gerade irgendwie, äh, schwierig Digga Oh, ja, dich nehm ich Ne, ich hab nicht Komm mit, du hast doch Komm mit, mein Guder Komm mit, ich hab einen Müllhaufen Ich hab einen Müllhaufen Ne, es ist ja gefinisht worden Ey, bot, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit Okay, warte, willst du Saufpacks mitnehmen, weil hier sind noch 4 Ich hab 6 Saufpacks Und, äh, zwei Medkicks Oh, shit, hier komm ich nicht rein, oder was? Wie dumm Ich bin der Healer Oder warte, ich hab genug Stuff dabei Damianer ID 2, komm mit Ich lass Medkits liegen, 2 Stück Wo ist diese besondere Chest, wo ist sie hin? Das könnte sogar ne geile Runde werden, finde ich Das ist ja schon eigentlich Crash, das ist ne goldene Shotgun, die neue, wenn jemand will Und, und ne, man bekommt die Ich hab, äh, die mythische Ähm, hallo, man bekommt auch Punkte ab dem 17 Zier verloren Ab dem 17 Oben noch einer Wie noch? Ja, ja, genau Oh, fuck mit dir, digga Zwei goldene Wir sind in der Zone Ich weiß nicht, Dodo Ne Ich bin halt ein bisschen lost mit der Waffe Ich glaube, ich spiel lieber nicht mit der Ich würd sagen, lass hier ein bisschen campen, weil wir sind in der Zone Alles safe, digga Wir können auch ein bisschen warten Äh, wie kann man mit? Man muss sich da irgendwie registrieren Und dann kannst du da einfach, äh, mitdaten Du kannst auf das Video von Amar gehen Und wenn du schon angemeldet wirst, einfach nur registrieren Genau, du musst dich da einfach nur registrieren Da ist so ein Link in der Beschreibung Das ist übel, chillig eigentlich Hier, der Link, den hab ich sogar hier noch am Start Eigentlich voll entspannt Fällt das ohne Registration ein bisschen besser Äh, braucht man 2FA? Ja, 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 man muss 2FA aktiviert haben Bei mir ist schon Bei mir war schon, bei mir war schon alles schon spannend Dodo heute war 40 Grad bei uns Das ist halt nicht heftig, digga Bei mir ist es gefühlt auch gut An meinem Geburtstag, ich bin umgekippt, fast Schön warm, digga Muss aber so sein, weißt du, baden und so So voll nice, digga Nein, danke Komm mal ein bisschen da, ne Ja, das ist klar So, und was muss sein, digga Haben wir noch guten Loot, digga Ich glaub, ich bin schon was voll, ne Aber lass ihn noch ein bisschen bleiben, weil So, du sollst nicht den Aufpacks decken? Wenn du hast Ich hab's aufpacks Du kannst mitkappieren Du kannst mitkappieren Du kannst mitkappieren Stack mitkits, stack mitkits Stack mitkits, ich hab schon saufpacks Ich hab Minis, alles gut, digga Äh, ich brauch einen für den, äh, für den Cup Ja, Sandra musst du im Chat fragen Vielleicht gibts ja den anderen Dude, der im Chat auch, äh, Bock drauf hat Ein bisschen den Cup zu daten Hat eine goldene P90 bekommen? Noch mehr saufpacks, perfekt Bin fast voll, äh, ich bin voll Holz Hast du hier mit dabei, äh, Dings da, äh, Dodo? Ne, ja, ich hab sechs Minis Ja, okay, dann ist gut Äh, äh, was für Dominik? Okay, hier Gönnt euch Äh, ich auch, ich auch, Leute, ihr sucht alle Mails, Leute Ich müsst euch bloß finden im Chat Gönnt euch Leute Ja, hab ich Ja, das ist gut Jetzt bringen sie ja noch nichts, lass sie ja passiv müssen warten Ja, Dodo, Schillschoten bringen, warst du bist schneller Ja, aber jetzt noch nicht Jetzt müssen wir ja noch, oh, okay, noch mit, digga Äh, äh, ich hab die mythische Ne, 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 ich nehme lieber die Tag Die ist besser für mich Lass nicht auf den Dach kämpfen Dann sehen wir uns, weil ich komm, weil ich komm, werden safe welche kommen Ja, weiß ich ja nicht, der Weil die denken, hier war noch keiner Aber warum ist hier keiner, das wundert mich immer noch Ja, I don't know, digga, vielleicht, äh, passiv Die meisten Leute denken an die passiven Ich baue mich grad mal ein Ah, PS4 Ist das normal, dass ein Mensch in einer Runde 299 Points gemacht hat? Weiß ich nicht, digga, wieviel Points man macht? So Ab welcher Platzierung kriegt man nochmal Points 2? Weiß das einer zu finden? Ab siebzehnten Platzierung auf jeden Fall Ab siebzehnten Platzierung auf jeden Fall Ich weiß nicht, Team oder nicht Aber der hat grad eben 200 Also wenn nur noch 34 lebt und dann warte mal durch 3, äh Ich kann kein Matze rechnen, mal jemand Ab 3 Ja, moin, digga Null Ja, ab dem 15 Platz glaub ich war's Denk mal Ne, ab 17. Aber 15 mal 3 Ist das deine Läge? Ja, das kann man nicht ausrechnen Das ist unterschiedlich, digga Doch, 45 Ich glaub 45 45er Dodo, 45 mindestens Ja Ja Ja, dann lass wappen Bisschen noch 45 leben Oh, neu Oh, ich hab gut mit, digga Ich an, du willst dich nicht lieber umkleiden? Weil du wirst dann auffälliger, wenn du enttarnt wirst Und gleich dich über Ähm, ja, ja, mach schon mal Ja, chill ich digga Wir können ja noch ein bisschen passiv planen, digga Bei, äh, fand ich, weil mein Mate grad umgekommen ist Und bei Okay, ja, für Spaß Aber lass gleich mal Man warst uns halt viel zum Platz 1 Ja, das ist halt klar Da kommt ein Boot Da kommt ein Boot Dodo, sag mal Dodo, sag mal Okay, lass die, boah passiv Äh Ich hab Jumpe, 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 Jumpe Du, sag mal deine Kombo Was willst du denn mit meiner Kombo, digga? Wir sind nicht kurz ging, das Ding Ja, die komisch aus Ewig, die grüßt Leines Ich grüß dich, Frieren Wie heißt du in Fortnite? Ähm, aus den Epiken-Chip Müsst du eigentlich direkt im Chip Äh, komm gleich Auf entspann Oh, ich war gerade eben ein Boot Ich war ein Boot Oh, wir machen uns eine Pilz-Suppe, okay Morgen Hier wird uns eine Pilz-Suppe Haben wir noch irgendwo irgendwas zu lieben? Ich war auf jeden Fall eben ein Boot Was ist das im Phantom? Der ging ganz wilder Ja, keine Ahnung Der ist safe vorbeigefahren Alles safe also Huch Wer bist du denn, ne, glaub ich hab ich gerade gespawren Ich hab noch ein Handlanger Ah, hier sind respawnt die ganzen Dudes Nein, nein, nein Ne, 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 der war eben schon da Der einer lebt Ne, 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 der war eben schon da Ne, das ist viel zu auffällig Wurde von irgendwo gesnipet Ich weiß auch mal War es ein Handlanger oder ein Gegner? Ja? Eine Handlanger war das Ne, von Langer können nicht snipen Ah, gut Dann gehe ich rein Äh, wann findet Hä? Ich wurde auch von irgendwo gesnipet Ja, geht einfach rein ins Haus Lass uns einfach ein bisschen passiver Checken Haben wir hier noch Minis? Jetzt ziehen wir ein paar Minis einfach Ja, oben auf dem Berg Vom Heli-Platz Vom Heli-Platz, Leute Vom Heli-Platz Ich sehe sie Lass in die Lass in den Tresor Ne, nicht in den Tresor Wollen wir in den Tresor? Doch, lass in den Tresor Selbstmord 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 Nein, die haben keine Granaten Einfach warten, Digga Bis die zu uns kommen Und dann entspannen Weil die können mich killen Nein, für die Ente Für die Ente Für die Ente Wir können abhauen Ich hab Jumped Nein, nein, das ist passiv Digga Was gucken, was sie machen jetzt noch Oh, Moin, Jack Chaniers Mal noch, Digga Okay, Jack Kannst du irgendwie safe krabbeln? Ich bin safe gekrabbeln Ich bin safe gekrabbeln Okay, versuche ihn hochzuhren Ich halte hier hin Okay, wir müssen Jumped Alles entspannt Pass auf, ich hab einen Jumped Wir können abhauen Boah, du bist gut Da So Hüp Jetzt Würdest du die Saufpacks nutzen? Ich hab nur noch alles Ich hab nur noch alles Das war mein letztes Lass abhauen Ich hab einen Jumped Ich schieß am safe aus der Luft, Digga Ich schieß am safe aus der Luft, Digga Ja, ich hol Ich pass auf, dass du mich bezahlt hast Der Harz gehabt hat auf mich Ich hab Jumped, komm, ich place Tschüss Oh, von rechts, direkt neben uns Ich geh auf Jumped Ich geh auf Jumped Wo ist das Jumped? Äh, das ist da oben direkt hinter dir, glaub ich Jo, ich hab's, ich hab's Abfahrt Okay, nice Hätte voll Bock auf Zone Wars Oh, machen wir heute auf jeden Fall auch noch, Digga Okay, da unten liegt das Nein, die sind weggekommen Oh, die snipen immer noch Ja, die sind rechts neben uns halt Hier sind noch mehr Medi-Kids Lass auf den Berg hoch und gucken, was da abgeht Ich hab nur, ich kann nur noch Wait, hat einer von euch Bagis mitgenommen, weil sonst könnte ich die stacken Nö, nö, ich hab keine Bagis Äh, ich hab nur, ich hab nur drei Med-Kids mit Ich hab keine Sniper, sag ich nur mal Oh fuck, der Typ unten, ich bin so lost Der war so still, Alter, der war so Dodo, lass hier den High-Ground holen Hier oben Komm, lass hier den High-Ground holen Alles Gute, Digga Wait a second Was auf die werden eh es nahen Ja, die haben auch ne Sniper Ich hab, ich hab Bock Ich hab keinen Bock wieder gesnippen Dodo, guck mal Einer hat Hit unten Und links der Boy am Baum hat nen Hit Boah, der andere war auch so knapp, Digga Dodo, ich hab hier schon ne schöne Base gebaut Jo, alles entspannt Wir werden gleich von hinten gesnippt Die sind auch neu auf dem Berg Ich weiß, hinten hab ich auch gemacht Hier Oh, was, ich war safe draußen, Digga Im Moin war ja klar, Digga Wenn man zu oft piekt hat Wir sind auch welche Ich hab keine Metz Ich hab keine Metz Und die Gegner sind direkt bei uns Warte, ich komm, ich komm, ich komm Wo sind die, wo sind die Unten? Bei dir ein Medikid Ich hab keine Metz Ich kann nichts machen Du hast wie, du hast keine Metz Ich hab alles schon ausgemacht Anteus, grüß dich Okay, safe, save Ich könnte halt abbauen Ich hab diesen Granatenwerfer aber keinen Bock Dann lass Dann geh doch nach oben 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 Aber da oben sind welche Deringe Dann bin ich noch Solo Do Okay, lass hier unten einfach ein bisschen turteln und ein bisschen entspannt das war unnötig ja ich hab gelegt hat einfach nein nicht pushen aber warten wir müssen passiv hier ein bisschen schön die lassen die drüben bleiben dass sie drum kommen rein hallo nachladen und ich bin wegen die minister lag oben noch ein bisschen ich weiß gar nicht hier können wir alles mitnehmen so sind noch ein 50 leute am leben müssen noch sechs leute überlegen haben machen kann ich habe diesen granaten werfen können gleich zusammen ab und in die zone ja ja alles entspannen dass sie überwarten ist der stress dass man vor über zwei für den kaputt sucht wir müssen auf dem disco gucken ich hab's editiert am besten nicht das ding in hand haben willst du den granatwerfen lieber abgeben nein ich hab editiert das ich hab das ja nicht mal gemacht also hoffentlich passiert das nicht mal eine endzone ne ich hab keine ich hab drei schuss noch das ist mir belastet nigger hi was geht handcam watch ja klar mein handcam start das was mir wünsche dass die schüsse automatisch auch sagt ok zone kommt das müssen gucken dieses ding benutzen die man nicht sonst haben wir zu weit geboostet einfach gucken dass wir ganz sacht herangehen das gelbhaus das gelbhaus das sind rechts von dem haus und welcher das ist ein ganzes haus unterhöhlt links ein auffällig sein da schenny wurde hinrennt da oben ist eine box drin da wird einer drin haben wir gehen einfach rein ins haus da sind überall drei punkte lassen die garage kommt hier rein habt ihr alle metz gut ja dann da wo du bist du komm hier rein können wir bleiben ja irgendwelche shows heute schon 10k gewonnen ja ja keine shows ja die interessieren ich trotzdem nicht irgendwelche komischen jüdiger rapper und weil ich mich da ist mir egal trotzdem das ist ein zwei sekunden clip wie damals für star wurslinger ich bin trotzdem richtig langweilig das ist auch so unnötiger modus ok die kommen selbst oder alles hier suche ein trio für das turnier und gabrienne das mal lieber nicht so abbauen ja lass passiv hier bleiben bis zur nächsten zone einfach chillen wir brauchen nicht nicht pushen wach oben zu nicht schießen nicht schießen wenn du zuschauer suchte aufmerksamkeit lasst passiv unterm radar fliegen du kannst du nicht so eine disco kommen worum geht es ins genehm und ich komme nicht so gerne einfach disco heiße mohammed marie 89 wie viele lebens überschreiten lassen nicht mehr abbauen heute entspannt bei dem kastenleben genauso viele meine kassen wurden jetzt hier habe eine frage ja wegen der fußi der fußi ist fertig also das hat schon alles bewiesen also wenn du bist gern wo das macht kein fake mehr er zeigt also er man kann wieder zurückspuren er ist gerade in echt live ich habe heute reingeschaut aber das bedeutet nichts ja ich weiß er kann auch immer faken aber jetzt hatte ist er wenigstens live und startet es auch ok sechs minis dir gerne nehme ich auf jeden fall mit da liegt noch zwei medkits kann jemand stacken gibt es heute noch kasten die parma gewandt ja ja wo das nicht auf sein laufen es kurz Unaufentspannt kommen wir unterm radar hier auf der rechten lade kommt man sich mit aufpassen okay die sind auf uns aufmerksam geworden und von vorne schießen jetzt uns ab war klar was wir uns selbst so definiert ja es war klar ich konnte nicht bauen ja war los da als fenster und im haus war es ja wirklich sehr wild nicht meine welt glaube ich schön 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 kommen die kriegste pass auf die laden auf kommen da lieber raus ja einer von drei kämpchen die camp hat ob die liga punkte kriegen dann auch die punkte nicht gesehen wird ja 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 die haben sich gesehen oh gott du bist aufgeflohen und jetzt abhauen einfach sie durch hinten bereitet sich auf und versteckt sich einfach irgendwo alles zu ja da genau da nicht rein am besten ich habe gefällt die runde war wenigstens besser zurück zur lobby und dann ab in die nächste und ich glaube eine runde machen wir noch danach spiele ich doch lieber creative ist nicht meine turnierwelt oder danach spielen wir doch lieber creative eine runde das ist wirklich nicht meine welt spielst du noch das turnier darf ich auch mitspielen wie jeder qualität können wir wieder alle mitspielen ich möchte noch den rest bei dodo mitspielen umgehe warum so viele points ja das war ja auch nicht kommen wir gehen nach lazy lake nur ein bisschen spaß haben aber ich sagte 1 darf morgen mir sind die punkte so verdammt scheiß egal das kann man schon machen kann ich bin mal spiel aber auf händisch doch jeder kann das hilft also bei creative auf jeden fall da kann jeder ganz ehrlich jeder der wohl auch geld schwitzt ist echt nicht kann ich nicht gut dieses turnier also das teil das ist das wird auch bei der nächsten weltmannschaft sondern die großen e-sports pros in der welt werden sich das unter sich aufteilen da gibt es keine ich bin neu und ich will jetzt es folgt ja weil casting nein casting games hat man halt ja man schwitzt ums geld aber da weiß man ja dass man auch die möglichkeit hat die wahrscheinlichkeit dass ich hier gewählt gewinnen liegt bei 0,000 ein paar 0,9 und 1 und dann gewinnst du lieber gestern in den kasten ja aber die sache ist sie meine kassen sind kein verdammtes turnier mit e-sportlern das ist ja aber die schwitzer da haben selbst nicht meine chance ihrem ansatz hier dass das ist die geschichte sagen nicht mal im ansatz du hast keine ahnung was hier rumläuft wie viel wie viele e-sportler spielen gerade dieses turnier 50 wie viel preis gibt es man hat keine ahnung die besten schuldig fertig abwarten warte ariana und wie hießen die nochmal die spielen alle mit also also ob die eine chance haben kenne jetzt ariana nicht noch relativ gut hast du gesagt ja relativ nicht was hier für gestalten rumlaufen laufen richtig gestalten und das stimmt die den ganzen tag nur noch um creative sechs stunden haben wir können eigentlich wieder hier hin gehen aber ich gehe lässig kommt wir machen lässig mächtiger da geht da gehen richtig viele hin aber auf einmal geht da gar keine alles entspannt wir lassen wir müssen zusammen das ist ein dick so jahre markiert ist ein gutes haus das gefällt mir da haben wir ja egal wo du sagst er soll annehmen jack soll annehmen okay du sollst an den check dann er hat auch keiner doch doch hinter uns zwei du es landen hinter uns kommt die holen wir uns aber ja lu master nimm mal fahren und ich nehme das an ich habe mich als vorhanden bin ich zwar auch ein schwer trägt beschossen ich habe nur eine pistole also willkommen heute kommt das selbst warum habe ich den überhaupt in der fl ich habe eine blaue mp ich habe taktische alles safe was bringt auch punkt weiß ich gar nicht ja 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 was meinst du wieder eine 219 neun von den punkten stimmt das ist dann einfach so ist eine riesig gute und gemacht und machst du mit jedem die spielen nun kann ich wir wechseln ich kann man damit machen man muss ich irgendwie registrieren und da kommst du da rein hier in die lobbies muss ja auch der offiziell fort man kann sich sogar ich habe auch nicht okay ich bin gleich ich habe noch nicht jetzt haben wir alle kannst du mir einen geben weil ich habe nur ein so wie ich platze sind wenn du brauchst diese zwei faktoren ja du brauchst die zwei faktor authentifizierung weil die sollte generell jeder haben ansonsten ist man wirklich nie wieder eine sniper mit dodo das war gar nicht okay ein paar sind hier gelandet ich weiß aber auch nicht einer hat mich schon abgeschossen okay hier nehmt die nehmt die da oben okay jetzt höre ich auch das donner und gewitter jetzt höre ich das gewitter ja bei mir ist bei mir habe ich gerade gar nichts mehr gehört also es hat nur gerät also bauen sind hier gerade eben ein blitz rein geschlagen ja ich muss manche einfach wenn er was markieren natürlich im bildschirm aus so wir gehen mal rein ja 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 da sind auch welche habt der gerade man zweifel sehen oder geht offen die frage ja offen sie vier an die haben auch schon ihre dritte runde gespielt und haben nur sechs punkte also ist eigentlich ja gut der typ warum zu wissen ob die sechs punkte die punkte werden gleich verteilt und kommt immer mit gleichen leute doch nicht so offen sie ist tot wo seid ihr denn eigentlich gar nicht hinter mir ich dachte ihr seid da nulisch bei mir war gerade gefühlt erbeben ich war ganz woanders ich habe gesagt angriff ist die beste verteidigung da sind so viele der eine ist schon tot ihr müsst da rangehen oder rande an den speck und statt von hinten die holen dennoch locker wie sie hoch leute rande ich hab keine wälder ja tot ich hatte auch keinen mehr zu machen ich brauche einen medkits ich brauche einen medkits sonst war es das ist wer am markt habe ich verstehe ich was wir machen um geld zu gewinnen eine menge du musst glaube ich jetzt heute sich qualifizieren an frocks da musst du morgen noch mal gut spielen und übermorgen und dann hast du irgendwie preisgeld ganz kompliziertes system auch den ist offensiv ich mache ich alle damit den ich gut hab der ist schon vor rande an die speck fallen ja leute dürfte immer so passiv sein es geht um nicht hier nischt und wieder nischt da müsst ihr mal gucken dass sie ein bisschen ein bisschen genau lenkt die einfach ab einfach drauf da denn okay ich glaube mein mein schwein verheift komm hier ins haus ich brauche ein medkit unbedingt safe 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 okay mein lud müsste da vielleicht sogar noch liegen ey bei mir direkt ja wir kommen wir kommen wir kommen so oder ich nehm dir was mit alles geht wir bleiben da wir bleiben da ist so oder so weil ohne medkit was ist das mit mir ja ich komme zu tag von oben kommen die pass auf ich fang kurz noch mit dann komme ich hoch die sind hier unten die haben sich in der base gebaut alter habe ich den fett gelasert digga maschala habt ihr das gesehen digga ja moin einfach die hübsche pass auf granaten wo sind die denn ach so ich dachte ihr seid noch oben ah wer werft ihr nades? das ist die das sind die liga entspannt ich habe keine mädchen lassen direkt rein ja was sind die denn so passen ich habe auch nur 80 also ein bisschen rück zurück lassen nach oben und dann von oben ich habe keinen schuss mehr einfach immer noch schild der war full live lara grüß dich wo bleibt der marschall ja je aber die hand so geschickt haben nee ich spiele jetzt auch creative mit den boys leute wir werden das turnier mit sechs punkten das team wird restartet wir spielen gleich oder habt ihr walk of creative durch ich habe gleich fast die gleiche ich gehe komplett raus muss ja noch mal neue code und als man hört sich eigentlich auch im kassen des modus spielen ja kann man kann man doch abfahrt man hört sich tschü tschü tschü